Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Teach, diesmal im Bereich Korrespondenz. Diesmal schauen wir uns an, wie man ganz einfache Briefe schreibt. Warum ist die Normung beim Brief überhaupt wichtig? Beispiel haben wir hier die Adresse. Wenn der Brief dann entsprechend gefaltet wird und kuvertiert wird, das heißt der Brief kommt in das Kuvert rein, dann sollte man natürlich die Adresse im Fensterkuvert sehen, weil wenn das nicht der Fall ist, muss ich die Adresse natürlich noch einmal neu aufs Kuvert schreiben und das möchte ich natürlich nicht. Also ein Grund dafür, entsprechende Normungen zu beachten. Hier haben wir den Brief in seinen Bestandteilen nach DIN 5008. Die letzten Änderungen waren 2011. Man sieht hier den Absender, der ist abgetrennt durch so eine blaue gestrichelte Linie. Das bedeutet, dass praktisch der Absender sich in der Kopfzeile befindet und nicht in dem eigentlichen Schreibbereich des Dokuments. Dann haben wir den postalischen Vermerk. Hier ist praktisch beschrieben, wie dieser Brief versendet wird. Darauf gehe ich in einem extra Tutorial noch einmal drauf ein. Abzeile 4, dann der Empfänger, ein Datum, das den Betreff, die Anrede, Brieftext und die Grußformel und darunter wird der Brief natürlich noch unterzeichnet. Nun die einzelnen Bestandteile im Detail. Bevor wir dazu allerdings drauf eingehen, erst einmal die Randeinstellungen, nur um mal zu erklären, warum jetzt der Absender hier nicht mit drin ist. Die Randeinstellungen hier, die sind auf 5 cm, 2,5 cm, 1 cm und 2 cm gestellt. Dann ergibt sich dieses Rechteck. Dieses Rechteck zeigt dann diese Ränder an und innerhalb dieses Rechtecks wird dann praktisch der Brief verfasst. Und wie gesagt, der Absender ist außerhalb in der Kopfzeile. Merken muss man sich jetzt folgende Zeilenangaben. Einmal der Empfänger fängt ab Zeile 4 an, dann haben wir noch Datum, Zeile 12, Betreff, Zeile 15, Anrede 18 und Brieftext 20. Und jetzt bitte nicht wundern, ab Zeile 24, die ist nicht rot gefärbt, da kommen nicht standardgemäß die freundliche Grüße hin, sondern es geht um die Zwischenzeilen. Darum ist hier die Zeile 23 rot eingefärbt, das heißt, eine Leerzeile nach dem Brieftext, da kommt die Grußformel hin und drei Leerzeilen wiederum nach der Grußformel, da kommt der Unterzeichner hin. Also, wie gesagt, hier sind dann die Leerzeilen gekennzeichnet. Schauen wir es uns im Einzelnen mal an. In die Kopfzeile, das beschreibe ich ja in einem anderen Tutorial, das solltet ihr vielleicht noch mal anschauen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt. In die Kopfzeile kommen eure Absenderangaben rein, wie folgt in dieser Reihenfolge, Vorname, Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, die Telefonnummer natürlich und falls vorhanden, das hoffe ich doch, eine E-Mail-Adresse, um das Ganze zu kompletieren. Dann wird die Kopfzeile geschlossen. Wir kommen zu den Empfängerangaben. Wie gesagt, schon vorher die Zeile 1 bis 3, die ist reserviert für den postalischen Vermerk. Ab der Zeile 4 beginnen dann die Empfängerangaben. Und auch wieder hier die Reihenfolge. Wenn man eine Firma schreibt, haben wir hier die Namen der Firma, Straße mit Hausnummer oder, was auch viele Firmen haben, ist ein Postfach und danach folgt natürlich die Postleitzahl und der Bestimmungsort. Damit hätten wir die Empfängerangaben fertig kompletiert und der Brief kommt dann somit hoffentlich auch an. So, wir schalten dann in die Zeile 12. Hier kann man das Datum reinschreiben oder als Feld eingeben. Das ist dann automatisch drin und man sollte aber das Datum noch rechtsbündig formatieren. Dann ist es normgerecht und das Datum hebt sich natürlich dann auch ab, weil ein paar Zeilen drunter, Zeile 15, kommt auch schon der Betreff. Und dann würde es hier auch ein bisschen unübersichtlich werden, wenn das Datum auf der linken Seite noch stehen würde. Also, dann Betreff selber. Das Wort Betreff wird hier nicht geschrieben. Man sieht es oft hin und wieder. Da steht Betreff Doppelpunkt. Also, das bitte nicht schreiben, sondern nur, um was es in diesem Brief überhaupt geht. Betreff ist also eine kurze Inhaltsangabe, um was es in diesem Brief praktisch geht. Dann kommen wir zur Zeile 18. Hier sind mehrere Anreden möglich. sehr geehrte Herr, sehr geehrte Frau. Oder wenn man auch nicht genau weiß, wie man da anschreibt, dann macht man das so, dass man einfach sehr geehrte Damen und Herren schreibt. Wichtig hierbei ist noch, wie endet die Anrede? Entweder mit einem Komma, dann schreibt man dem Brieftext klein weiter, oder mit einem Ausrufezeichen. Dann beginne ich meinen Brieftext natürlich groß geschrieben. So, an der Zeile 20 beginnt dann der Brieftext. Hier habe ich den Brieftext groß begonnen, mit hier mit, großes H. Das bedeutet also, die Anrede war, mit einem Ausrufezeichen beendet worden. Zum Brieftext sind auch noch so viel, immer kurz und knapp halten, keine Floskeln verwenden, einfach kurz und knapp sagen, was man hier möchte, und was man als Hilfe hier einfügen kann, sind Absätze, damit sich der Brief einfach leichter liest. So, der Brief ist fertig. Dann kommen wir zum Briefschluss. Nach dem letzten Satz erfolgt praktisch eine Leerzeile. Dann kommt die Grußformel. Das kann freundliche Grüße oder beste Grüße sein. Übrigens, mit freundlichen Grüßen ist mittlerweile veraltet. Es heißt jetzt freundliche Grüße. Man sieht aber die alte Form immer noch in Verwendung. So, nach der Grußformel dann drei Leerzeilen. In diesem Bereich wird handschriftlich unterschrieben. Und deshalb sollten wir auch wirklich drei Leerzeilen haben. Manche haben vielleicht etwas größere Schrift und schreiben dann in den Text rein, oben oder unten. Und das sieht dann etwas unsauber aus. Und zum Schluss, das verlange ich immer noch, dass man seinen Namen noch mal drunter schreibt, also den Unterzeichner, damit man den Brief entsprechend zuordnen kann, wenn er aus dem Drucker rauskommt. Gut, wenn der Brief fertig ist, dann sieht er hoffentlich bei den meisten so aus. Übrigens, links, diese Zeilennummerierungen lassen sich einstellen. Im Seitenlayout, Zeilennummern und dann auf Fortlaufend, dann kommen diese Zeilennummern. Man kann sich damit leichter orientieren, als jetzt in der Statuszeile im Word nachzuschauen. Da sieht man ja auch die Angaben vom Cursor, wo er sich gerade befindet. So den Brief aber bitte nicht wegschicken, also wenn er dann ausgedruckt werden soll, dann man kann das wieder ausschalten unter Seitenlayout, Zeilennummern auf keine klicken und dann sind auch die Zeilennummern weg und der Brief ist fertig.